Was hat es mit dem Bart auf sich? Befehl vom Captain. Müssen alle mitmachen? Alle, ganz Freak City. Dieser Bart, ist das nicht ein bisschen früh? Ja, schon, aber so haben wir es mit Markus abgesprochen. Und das Motto ist vom Titel zum Titel. Also wir werden versuchen, das zu schaffen. Wäre es Motivation, wenn ein paar Fans mitmachen würden? Sicherlich, also ist jeder eingeladen. Super.